Das wird man zwar auch nie sehen, aber... Scheiße. Hilfe! So. Ach ja. Fast vergessen. Weg mit dir. Sehr schön. Das nächste Gitterchen. Mein Gott, da kann man mal sehen, wie durchlöchert das hier ist. Der Berg. Große brauchen wir nicht. Können wir da lassen. Oh scheiße, ist ja schon voll dunkel. Gar nicht mitgekriegt. Man sollte auch zwischendurch mal auf die Uhr gucken. Denn unter meiner Eisengolem-Farm, da könnt ihr die ganze Zeit Monsters bohren. Drum gehe ich nämlich jetzt immer so früh schlafen. Das ist der einzige Grund. Ach, da habe ich ja schon gemacht, ne? Hä? Ach ja, da muss ich hier Half Slaps nehmen. Ich muss hier noch einen raus. Komm, dann machen wir die Half Slaps hin. Half Slaps hin. Und hier machen wir wieder... Ich überlege gerade. Oder? So? Ne, das können wir nicht machen, oder? Nein! Oh oh. Weiß ja nicht schlimm, ich kann ja den Wasserfall hochschwimmen. Na komm schon. Los, hinauf hier. Müsste eigentlich funktionieren. Schwimmen! Weißt du nicht, wo ich dann hinkomme? Aber. Ah, Mist. Das ist natürlich jetzt blöd, dass ich hier drin bin. Hier sind doch tausende von Hühnern, was machen die eigentlich an hier? Töten wir mal. Eine Kuh? Ja, jetzt muss ich irgendwie wieder... Na gut, das doch, das müsste gehen. Einfach nur da rüber. Komm schon. Schwimmen wir nochmal hinauf. Hinauf. Da ist eine Blume. Warum ist ausgerechnet da eine Blume? Kann man das mal erklären? Dann. Jetzt entdecken wir meine Kleinigkeiten der Zeit. Gucken, ob das funktioniert, weil ich hier vorhabe. Naja, fast. Ich wollte eigentlich... Gut, dann machen wir das anders. Dann machen wir das... Na. Ja gut, dann kann ich auch die Gelegenheit nutzen und direkt mal gucken, wie das aussieht. Äh, okay. Dann gleich müsste ich das da auch machen. Wollen wir da auch so einen hinsetzen. Müsste eigentlich aussehen. Schauen wir mal. Jetzt denken wir uns mal... Ah, ne hoch. Ich stehe da jetzt... Ich muss ja noch viel weiter hoch, ne? Sehe ich gerade. Oh, das ist ja blöd. Das ist echt blöd. Hm. Alle hopp. Hilft nix. Ich muss ja hoch. Leute, tut mir echt leid. Ich muss hier hoch. Tut mich echt traurig. Ich mache auch wieder... Ich repariere auch wieder. So. So. Ja. Genau. Wie will ich eigentlich mit der blöden Feder? Kann die mal einer kurz entsorgen hier? Danke. Ähm. Ja. Das habe ich gesucht. Eigentlich wollte ich nämlich nur da drauf gehen. Und dann wollte ich hier nämlich... Sind das auch schon halbe? Ne, das sind... Äh... Genau. Machen wir hier nämlich so. Und hier machen wir dann... Ja, kann ich ja nicht anders. Muss ich so machen. Lassen wir mal so. Sieht bestimmt... Nachwärts. Nachwärts aus. Und hier machen wir dann... auch so. Oder ich mache dann ganzen hin. Ne, machen halt mit... So. ich kann jetzt zwar nicht gucken aber ich denke mal das ist in ordnung und hier machen wir so ich weiß gar nicht ob ich das da gemacht habe ich werde das risiko nicht eingehen oder was dazu lassen ich mach mal weg mach so machst du dann mich jetzt auch müsste stimmen müsste stimmen da stimmt da stimmt es auch gut können wir das nämlich jetzt hier so zumachen geil auch für ein geil wunderbar dann kriegen wir das ja heute doch noch einigermaßen fertig würde ich fast behaupten diese aufnahmsession mittlerweile schon ups anderthalb stunden fast läuft ach sind denn dann schon wieder folgen für pochtage ja meistens komme ich jetzt nur so ein zwei mal die woche dazu was aufzunehmen aber da ich ja gott sei dank noch so viel vorsprung habe ist das ja nicht ganz so tragisch ich habe keine mehr da ist denn die möglichkeit wer hat da oben denn die ganze zeit immer die treppen ich weiß zwar nicht wie viel ich jetzt noch brauche aber ich muss ja den anderen gang auch noch machen ne oder was tue ich mich da jetzt lassen wir erstmal bei denen gut sein ach ich kann da nix aufnehmen ach ähm ähm Kloster weg hm wieso hing ich da jetzt fest mitten im gang kommt keine muss hier nochmal ablaufen ob das soweit in ordnung ist alles aber schaut bis jetzt schon mal nachher steht da blöde schatten fehler immer noch die hat nicht in den griff kriegen ich weiß nicht wie das mit den neuen minecraft version ist ob da auch noch diese schatten bugs sind sind nämlich echt hässlich ja mein getränk ist mittlerweile auch schon alle auch blöd dann wird es langsam zeit dass wir richtung aufnahmepause gehen huschen wir nochmal überall durch sieht bis jetzt alles so sauber aus und ups hier fehlt noch was fehlt sogar noch die decke ja hallo das geht ja mal gar nicht ups da müssen wir die decke da auch noch rein pflegen kann ich eigentlich mal eben auf dem rückweg machen ab hier ach da war wieder nur der schatten ah hier ist er noch drin gut hinunter schon wieder nacht da sind monster in der nähe du kannst nicht schlafen ah das ist natürlich blöd dann muss ich jetzt ein bisschen mein bett laufen ah kacke warte mal ich wollte mal ganz kurz was gucken dann sieht gut aus jetzt hier aus da sind noch fehlern drin schmeiß mal kurz die eier hier rein dann mache ich nämlich auch schon mal los da bin ich denn auch los und auf den knopf drücken ein neuer tag bricht an die tür auch offen lassen können was soll's oh mein essen geht zur neige nur noch sieben stück ach da ist ja noch eine workbench hatte ich da einer vergessen ach guck mal wie viel haben wir denn jetzt da drin fünf das heißt es müssten eigentlich fünf stücke gestorben sein ach ja so jetzt hatten wir das war jetzt die farm gewesen für die rosen die ist jetzt eigentlich fertig der weg dahin glaub ich mein ich mir sicher zu sein dann husch wir jetzt nochmal hier durch jetzt hab ich dabei festgegangen keine ahnung genau hier konnte man ja hier raus gucken der steht immer noch da spielen die verstecken oder was und keiner hat ihm gesagt dass er suchen soll ach ja genau hier waren wir noch nicht fertig ich wusste doch irgendwo ich brauche aber auf jeden Fall noch ein paar eisengitter so die nehmen wir schon mal mit denn die kommen nämlich hier rein und hier drüber ich dachte schon gerade bloß nicht runter fallen jetzt möchte ich natürlich erstmal hier mit zumachen ich hab eigentlich keinen bock da jetzt großartig runter zu fallen darum hatte ich jetzt mal die schiff taste gedrückt dann dauert das jetzt etwas lang äh langsamer dauert das jetzt etwas länger so rum ich wollte auch eigentlich noch da oben rauf und gucken was da so so sache ist geht das ging ne kann ich natürlich nur nicht doch kann ich nachgucken ja doch das kann man so lassen so jetzt müsste ich eigentlich mal ganz kurz da rauf denn ich wollte ihm einmal ganz ganz kurz das hier oben angucken wie das hier aussieht das kann man so lassen das äh füllen wir einfach mal auf so das bleibt so könnte man ja auch noch oder wir machen da ne das so dann ist in ordnung müssen wir nur gucken wie wir das hier verstecken wie verstecken wir das ne guck mal da kommt kein block vor jetzt seh ich das nämlich ha ne könnte ich weg machen dann haue ich den block da unten nämlich weg jetzt seh ich das nämlich hier dass da kein block hier vor ist dann machen wir welche etage ist das denn jetzt hier dann ist die richtige ne gut dann machen wir nämlich so genau und so so nicht danke so wollte ich sagen das müssen wir auch noch zumachen komplett muss aber nach außen ne kurz hier runter und hier muss auf jeden fall was vor aber nicht damit nein nicht damit damit und das müssen wir hier so verstecken doch kann man so machen da machen wir dann haaa so eine treppe wieder drauf ali hopp da muss ich dann gleich mal gucken wie wir das da machen das funktioniert hier der fährt hier rum was war denn da ach ja da war die treppe drüber ne kann ruhig drüber bleiben kann ruhig drüber bleiben da dürfte nichts passieren normalerweise nicht die kiste fährt da einfach durch da ist ja kiste eigentlich egal ob da soweit ist wieso ist das jetzt eigentlich da war doch gerade eine treppe da ja klar danke wo ist die denn schon wieder da da muss ich nochmal nach oben dann ist der treppe nämlich egal so äh der lore egal die fährt halt runter das macht der nix so jetzt muss ich einmal ganz kurz darüber die sache hier angucken wie wir das hier machen gut das kann man ja hier einfach so schließen das ist ja schon mal egal da war redstone drauf das heißt warte mal kann man das auch so machen ja kann man das geht so dann könnte man den hier eigentlich auch andersrum machen nämlich geht das hier müsste eigentlich gehen so machen wir das nämlich hier weg wunderbar müssen wir mal gucken wie wir das mit der Ecke hier machen brauchen wir die Ecke hier überhaupt und könnte ich doch eigentlich auch ich habe schon wieder keine Treppen äh Stufen Treppenstufen so damit soll ich jetzt mal auskommen eine davon werde ich mal da hinpacken so das stimmt jetzt soweit im Prinzip ist das ja unnütz eigentlich schon eigentlich schon ne dann machen wir das nämlich anders dann machen wir das nämlich so so nein so nicht dann machen wir das anders dann machen wir das nämlich so 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 ich weiß nicht das ist ja nur um den den ne 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 das ist ja nur um das hier zu verstecken ne dann die die Vielen Dank.